Ich präsentiere hier den Berufsverband der professionellen Speaker, Trainer und Coaches. Mein Name ist Tobias Einig, ich bin selbst Redner und Verkaufstrainer. Also die GSA, für die ich hier stehe, ist der größte Berufsverband für Redner, für Trainer und Coaches. Und der Berufsverband sorgt dafür, dass der Beruf des Speakers, des Trainers und des Coaches in Deutschland bekannt gemacht wird. Bis vor kurzer Zeit, wenn Sie bei Google Speaker eingegeben haben, dann kamen dort bestenfalls Lautsprecher raus. Und heute sehen Sie dort mehr und mehr professionelle Redner.